Die Kuratiekirche Marie Himmelfahrt in Schönberg birgt ein besonderes Kunstwerk aus jüngerer Zeit. Der Auferstandene ist ein Werk der Bildhauerin Margit Untertina aus Graswang. Feststehend in unerschütterlicher Hoffnung, ersteht der Herr aus dem Tod zum Leben. Er tritt aus der Grabkammer heraus und das dunkle Tor des Todes erstrahlt nun im hellen Glanz im Licht der Auferstehung. Das Alte ist vergangen, mit seiner linken Hand hält er es zurück, das Leid, den Verrat, den Tod. Seine Rechte hält er uns entgegen, er führt uns den Weg zum Leben, er führt uns den Weg zum ewigen Leben. Seine Wunden sind ihm noch geblieben und dennoch erscheint er uns neu und ganz anders, als wir ihn sonst kennen. Die Auferstehung, sie sprengt alle unsere bisherigen Vorstellungen. Gott ist jung, schreibt Papst Franziskus. Seht, ich mache alles neu. Jesus Christus erscheint jetzt in einem anderen Licht. Selbst seine Jünger erkannten ihn nicht mehr sofort. All unsere Bilder und Vorstellungen sind gesprengt durch die Auferstehung. Jesus lebt, mit ihm auch ich. Im Angesichte des Auferstandenen dürfen wir uns selbst erkennen. Halleluia. Halleluia. Untertitelung des ZDF, 2020